Hallo, mein Name ist Halli Schulz und am 5.6., also am 5. Juni, da findest du mich in Holzminden. Was mach ich da? Ich spiele Fußball bei Kicken mit Stars. Und was mir fehlt, bist du. Ich brauch dich einfach in meinem Team. Hier ist schon die Karte, wir warten alle auf dich. Mehr Informationen findest du auf kickenmitstars.de. Auf geht's! Auf geht's!